willkommen zu einer weiteren ausgabe wissenswertes aus der woche und es ist nicht viel passiert das kann ich schon mal vorweg sagen ich werde im endeffekt nur mein turnier loot zeigen wir werden uns den monatshelden angucken wir machen dann alka schatz helden akademie und so weiter turnierdefensive und dann kommt der ausblick auf die nächste woche auf das neue event deswegen wäre sonst immer gerne ganz viele bilder und grafiken von mir gewohnt ist diesmal leider nicht so viel fangen wir mal ganz kurz an mit dem turnier loot also wir sind ihr siehst top 1 prozent gelandet ja das ding ist und guck es dir bitte an meiner meinung nach ist das nicht top 1 prozent für dich dabei auch gar nicht da kann ich auch top 5 machen um sowas zu kriegen es halt hat nicht sollen sein ja das defensiv war auch dann auf a die ist am ende bei ich glaube 3 1 war das geblieben also das hat funktioniert dieses konzept ja also wie gesagt hier noch nicht mal irgendwie ein drei sterne item dann also es sind hier drei münzen screenshot also drei silber münzen sieht jetzt aus wie vier ist aber ja und 50 kleriker embleme gut die sind ähm dingens reingegangen in den hasen aber ähm sonst so wirklich ähm da ist jetzt nicht der brüller ne gut turnier dann weißt du was dann wenn wir bei dem turnier sind gehen wir direkt mal in das turnier rein gucken was wir da haben blutiger kampf fünf sterne rotes gesperrt auje rotes gesperrt an postmahlzeiten ok rotes gesperrt dann wissen wir ja schon wen wir als tank stellen da gibt es glaube ich keine zwei meinungen ähm rotes gesperrt wir können die überlegung ist jetzt einen block zu stellen weiß ich nicht ob das sinn macht ja gut man könnte man könnte man könnte was werde ich wahrscheinlich nicht mal könnte so stellen aber halte ich jetzt nicht so viel von wir könnten eilung wieder auferstehung also eigentlich im endeffekt schnelle gehelden die mehrere treffen ok das kriege ich hin so er schützt mit den minions das ist gar nicht mal so doof ähm das erstmal jetzt nur wieder ausprobieren krampus würde sich natürlich auch gut machen ja mit seinem verspotten mhm monatel wäre auch eine überlegung werden mana reduzieren warte mal wie er müsste eigentlich schon mal warte mal wie sieht denn das team aus wenn ich das so spiel wird mir drake auch drin lassen theoretisch und stellen hier noch eine liana mit stimmen da noch hin noch was grünes ja die rote farbe fehlt mir jetzt tatsächlich ähm das ding ist ja grün kann ich ja eigentlich nicht doppelt stellen weil gegen frick wirst du eh mit grün reingehen doppelblau macht dann da auch wenig sinn oh ich bin überfordert ich bin überfordert rot das rot rausfällt das ähm missfällt mir ziemlich also prinzipiell würde der gegner ja eh mit wahrscheinlich mit grün reingehen gegen ne frick würde ich machen ähm deswegen wäre doppelblau wäre ein zu großes geschenk ja dann hast du weißt du selber jetzt ist die frage die sind halt hier sehr defensiv die beiden ne wobei er halt viel einstecken kann und er kann das alles auf sich nehmen aber ne fräer da außen gefällt mir auch nicht so wirklich die sollte schon eher mittig sein dann würde wiederum Magni reinrutschen und wir würden fräern neben frick packen oh je ähm also ich glaube ich mach das ich mach das so aber doch Krampus Magni haut halt schon ordentlich rein ne Krampus macht nur den Attack ab ne ich nehm Magni mit so ja ja Tellurier könnte man natürlich auch nochmal argumentieren was denn wenn wir Tellurier neben frick stellen die Heilung fällt zwar weg aber wir haben noch noch ein Minion dabei Tellurier ohne frick ohne fräer ne ich glaube ich bleib dabei weil hier nach dem Deathdown von frick wenn das alles so hinhaut ist Liana eigentlich ein One-Shot er leckst dann im Optimalfall drei Leute weg ja komm wir bleiben bei dem Team lassen wir das mal so Änderungen vorbehalten ja ich weiß nicht ob ich spontan eventuell was ändere aber so lassen wir das jetzt erstmal na gut ich habe bei Atlantis festgestellt traurig aber warm achte mal wir gehen die Ressourcen aus oder wir sind sie schon ausgegangen krass ne brauche ich tatsächlich Stiefel hätte ich nie im Leben gedacht so Helden Akademie ach hey immer das gleiche immer das gleiche ja warte mal jetzt muss ich mir erstmal wieder da denke ich auch nie dran muss ich mir erstmal wieder Rekruten holen ja immer das gleiche immer kriege ich nur Season 1 weißt du andere kriegen Alassi äh Captain Kestrel und was er immer und wen kriege ich Lumizia ich meine es ist kein Horgal dann würde ich sagen Lumizia ich habe kein Kostüm für dich auch keine Rose das heißt wieder eine Woche verschwendet ja traurig traurig so Alka Schatz ich habe gestern schon welche abgeholt damit ich also ich hatte ähm das hier laufen waren drei Stück die habe ich gestern schon abgeholt damit ich hier noch das über Nacht laufen lassen konnte ja also ein bisschen Kleinkram ja um die ganzen Blätter los zu werden das holen wir uns jetzt ein Tag vier Stunden ja und das holen wir uns jetzt auch Magie Google okay boosten müssen wir nicht dann gucken wir mal zwei haben wir wieder okay Paladin oder Kämpfer mal jetzt ja gucken Paladin oder Kämpfer Paladin oder Kämpfer Kämpfer ist im Moment das sind hier Kämpfer also Rana hat jetzt meine Mönchsembleme gekriegt ja einfach im Hinblick darauf dass wir vielleicht oft gegen lila Tanks kämpfen werden da brauchst du je mehr Gelbe du hast desto besser so Kämpfer warte mal wo ist denn hier mein Kämpfer Gelila ist Kämpfer Panther ist Kämpfer ich wollte doch für ihn ah stimmt ich wollte Kämpfer aufheben für Thor genau Paladin Paladin ist Frieda sollten wir Frieda weitermachen ah ne glaube nicht oder oder glaube ich doch ne wir nehmen für Thor wir nehmen Kämpfer so ok was haben wir noch Abba oder das ist Wizard ne kann sein ja Abba oder Wizard Abba das ist Malosi Malosi wie weit wollte ich dich denn überhaupt machen Mana brauche ich bei dir nicht theoretisch könnte man ich habe ihn auf Angriff getrimmt den noch machen dann wäre er fertig eigentlich weil ich mache nicht hier die 125 nur für 21 Punkte dafür dass ich ihn nicht in der Defensive nutze dann würde ich sagen nehmen wir Barbar dann kommen wir da schon nach ran dann fehlen da nur noch 10 dann ist der auch fertig dann können wir uns dem nächsten widmen alternativ was sitzt Wizard das ist nicht mehr Onatel das ist Isania da habe ich genug genau da wusste ich noch nicht ob ich ähm ob ich bei ihr weitermachen soll eigentlich jetzt mal ein guter Zeitpunkt das zu entscheiden ne ähm britischer Schaden das Ding ist ich habe sie eigentlich so emblemiert ich glaube ich habe die Kostüm Kostüm Variante emblemiert ja schon mal vorausschauend äh deswegen warte mal es sieht auch danach aus als hätte ich das so gemacht weil ich immer auf Angriff gegangen bin vielleicht habe ich auch Glück und die beiden Angriff die beiden Talentwege sind ungefähr gleich ich weiß gar nicht mehr ne weißt du das die machen wir nicht wir machen das machen das dass wir ähm mal los sie fertig kriegen oder fast fertig kriegen gut das haben wir auch können wir das hier noch einsammeln was haben wir hier das und das okay neues jetzt können wir gleich machen so Monat zählt ja Ureos Ureos ist das ah warte mal ich weiß ich weiß muss mal eben ganz kurz was gucken genau Ureos altgriechische Begriff Ureos natinisiert Ureos genau Ureos allgemein die sich aufbäumende übersetzt okay die Ureos lange deswegen die Kobra alles klar so die Kobra Angriff Angriff der Kobra genau so als erstes Zauberklasse äh Zauberklasse kann Mana ein bisschen verlangsamen ne ist jetzt äh ja es ist da ja ist jetzt nicht äh gravierend schlecht gravierend gut ist halt einfach da ähm zwei Passivfähigkeiten das ist schon mal sehr interessant Leben von Totem Lakai erhält erhält 50 Lebenspunkte wenn ein Lakai in seinem Besitz zerstört wird das ist schön ist jetzt nicht viel ja ist so ein kleiner kleiner Lebensbonus ähm macht definitiv mehr sagen wir mal so als jetzt zweite Passiv äh dem Sandschaden zu widerstehen weil wir haben bisher kaum Helden mit Sandschaden ja und die sind auch noch alle gelb also ist da jetzt nicht ist das jetzt nicht so viel die Passivfähigkeiten sind jetzt so lala ist jetzt nichts äh super tolles wahrscheinlich hatten sie zuerst den Passivschaden haben sich gedacht ah ne komm da müssen wir noch irgendwas machen ja ähm ja ist ganz nett das hier mit dem mit dem Lakain aber es wird nicht viel raushauen ja natürlich manchmal ist es so dass es wirklich an ein paar Lebenspunkten hängt dann kann es entscheidend sein aber 50 Lebenspunkte halte ich jetzt nicht für so viel ähm Angriffswert 778 ist schön schön hoch 727 auch gut das ist ähm gut bis mittelmäßig bis gut würde ich sagen also die die Statistiken sind schon mal schon mal vielversprechend ja er ist mittel Angriff der Koper nicht schon mal cool muss ich ehrlich sagen füge dem Ziel 485 Prozent Schaden zu das ist schon mal enorm das ist enorm bei dem Angriffsschaden den er hat mit 778 da hat er ordentlich Bums 485 Prozent Schaden das ist eine Menge das ist schon mal sehr sehr gut der Schaden umgeht die Lakain des Ziels danke wirklich danke ja wenn man jetzt guckt wie oft wie oft ist das schon vorgekommen dass da ein Held war der hatte nur noch 200 Leben beispielsweise hatte aber zwei Lakain du machst dein Special und der überlebt mit 200 Lebenspunkten weil du einfach nur die Lakain gerade oder die Minions Minions Lakain bleiben wir jetzt mal einfach bei Lakain dass du die Lakain nur tötest der Held bleibt trotzdem da stehen er macht das genau Gegenteil er schießt einfach drumherum und halt den Helden weg das ist sehr geil vor allem dann mit 485% Schaden da kannst du wirklich man kann sagen er ist wirklich der Konter jetzt zu Freer und Bera als ob man es geahnt hätte dass jetzt Lila auf Lila umsteigen ja ich meine es kommt nicht von ungefähr aber die haben den auch nicht deswegen geändert also der steht schon lange so fest mit den Fähigkeiten die er hat deswegen es ist eine super Sache freut mich persönlich auch das ist so ein Held also ich muss sagen bei den letzten jetzt bei Bertilla zum Beispiel oder den anderen da habe ich gesagt okay komm brauchst du jetzt nicht so unbedingt im Monats Held du bist jetzt nicht traurig drum aber er wäre schon sehr geil und er wäre auch doppelt geil also wenn je mehr ich sag mal so je mehr man von ihm kriegen kann umso besser weil ja nimm mir jetzt einfach mal an also für den Krieg speziell für den Krieg wenn du gegen Lila Tank spielst nimm einfach mal an du hast dann da wirklich Bera und Freya Tanks so wie bei uns nimm mal jetzt einfach mal du kämpfst gegen uns dann hilft dir der schon enorm dann kannst du jenen wenn du Glück hast jenen daraus snipen ähm der vielleicht ganz viele Minions hat wo du gar nicht durchkommen würdest und knallst dann da erstmal ordentlich nur auf die Lebensanzeige und nicht auf die Minion auf die Lakaien Lebensanzeige ja das heißt der Angriff der Kobra ist schon verheerend und ähm definitiv sehr geil der Typ aber es geht ja noch weiter alle Gegner die einen Lakaien besitzen erleiden 315 Sandschaden über 3 Züge das heißt er ballert dir erstmal einen weg im Optimalfall er ballert jetzt sagen wir jetzt Freya Freya steht da wir knallen jetzt auf Freya er umgeht den Lakaien den Minion Freya ist down und alle anderen haben nur den kleinen Rahmen da und kriegen alle den Sandschaden gut hier sind 315 je nachdem wie Freya geskillt worden ist kann es sein dass der Rabe so viele Lebenspunkte hat aber über drei Züge gilt er dann halt dadurch den Lakaien Minion je nachdem wie viel Leben der Minion hat geht das dann halt auf die normale Lebensanzeige runter also er macht im Endeffekt snipet er die einen raus im Optimalfall und im Optimalfall wenn alle Lakaien noch haben macht er auf alle Runden Schaden das ist nicht schlecht also er ist eigentlich prädestiniert für Helden die Lakaien produzieren ja auch für die Weihnachtshelden Krampus Buddy Weihnachtsmann Mutter Nord und Rudolf nehme ich jetzt mal aus Buddy hätte ich auch rausnehmen können die wir aus dem Krieg eher selten sehen aber genau für solche Helden ist er gemacht und elementare Verbindungen beschwört ein Licht Lakaien für alle Licht Verbündeten mit 5 Lebenspunkten und 10% Angriff des Wirkers gegen selber ein Lakaien das war auch schön das ist eine wunderschöne Sache und da spielt nämlich dann das zweite Passiv da wieder so ein bisschen rein wo ich am Anfang gesagt habe Helden bringt jetzt nicht so viel sind auch immer noch nicht so viel aber wenn er jetzt einen Lakaien hat für für alle Licht Verbündeten ja also ich würde dann einfach mal sagen nimm ihn im 3-2-Team mit ähm ja nimm ihn im 3-2-Team mit dann haben noch zwei andere was von dem Lakaien und das ist aber nur seine Lakaien ne der hält 50% Leben wenn ein Lakaien seinen besitzt also das ist einer von seinen Lakaien also spielt im Endeffekt auch keine Rolle ob im 2er-Team oder im 3er-Team hast geht nur um seine Lakaien und dann kriegt er da noch ein bisschen Leben gut das ist ein Spaß Attribut was er hat aber im Endeffekt den Hauptschaden macht er durch seinen Sniper Schaden durch seinen Runden Schaden dass er die Lakaien die Minions umgeht sehr sehr geil wenn er schnell wäre wäre er overpowered meiner Meinung nach ähm also definitiv wenn du ihn hast definitiv leveln auch wenn du nicht gegen Minions kämpfst das ist ist schon enorm gut würde ich jedem ans Herz legen gut haben wir Ureus auch durch dann wir haben Helden Academy wir haben Alka Shards mal kurz ein Heads Up was wir leveln ja immer noch Thor Anwinder ist jetzt ein bisschen weiter gekommen da müssen wir noch das Special ein bisschen machen Richard kriegt im Moment nur die einen Sterne so ein bisschen rein genauso wie Anwinder halt ähm weil ich ihn angefangen hatte ich will ihn endlich auf 370 erstmal da parken ähm Gobbler auch im Hinblick auf äh Gegner mit Minions Freya Lehrer wie ich gerade schon gesagt habe ja und eine Majana Majana ähm mit dem Kostüm kannst du kannst du zwei locker gebrauchen ich habe auch die Ringe dafür das heißt ähm zweite Majana wird es werden früher oder später dann müssen wir einfach mal gucken was da noch rumkommt so jetzt kommt noch ein kleiner Ausblick ja ähm wir haben im Kalender also nächste Woche kommt das neue Event League of Villains und ähm ja ich man kann die Helden schon in anderen Videos sehen ich mache es nicht ja ich kann aber was anderes geben und zwar diese wunderschöne Übersicht da siehst du die Helden auch du siehst den Schatten Schattenlord oder sowas wie er heißt von Season 1 ähm du siehst einen Minotaurus und so weiter und so fort einen Glatzkopf ähm die werden wir alle kennenlernen nächste Woche dann mache ich dann nochmal ein extra Video da gucken wir uns alle Helden an wie gesagt ich habe auch schon die Bilder gesehen aber ich will sie nicht zeigen weil das halt noch nicht offiziell ist ich weiß nicht was sich noch ändert und so weiter und so fort ja deswegen ähm warten wir einfach ab da hast du schon mal die Bilder da siehst du auch schon mal kannst du dir abfotografieren so scheint wohl das Event auszusehen sind wir zehn Stufen so back to the basics ja so wie ganz am Anfang die Events waren also hier Piraten und Avalon und so weiter die hatten ja auch erst zehn Stufen ähm ich denke das wird auch früher oder später dann erweitert werden und dann kommen da noch ein zwei neue Helden dazu und dann ist es wieder auf Stufe auf 15 Stufen man kennt das System ja immer noch dann ein bisschen Geld raushauen mit neuen Helden wird es interessanter bei 15 Stufen pushen die Leute dann noch mehr kriegst dann die neuen Helden wenn du ab Platz 1 bist oder so und dann läuft die Geldmaschine wieder dementsprechend ähm nicht wundern früher oder später werden da wahrscheinlich auch wieder 15 Stufen sein und wir sehen ähm Lila und Blau das heißt ähm Optimalfall Gelb und Grün ja also Gelb wahrscheinlich weil Gelb ist eigentlich fast immer gut bis auf bis auf 6 und 7 ja aber die Helden werden wir uns ansehen wir werden dann gucken ich werde dann wahrscheinlich vielleicht wenn das nachher alles mit dem Stream funktioniert ja wo ich dich jetzt auch nochmal zu einlade ähm dann könnte man mal überlegen ob man da nicht was äh macht in Richtung Stream muss ich mir mal überlegen werden wir dann sehen aber das ist die Vorausschau auf das Event und ähm ja dann bin ich eigentlich für diese Woche fertig war jetzt nicht so viel Wissenswertes ist aber auch nicht viel passiert muss man dazu sagen ähm aber ich denke wir haben alles Wichtige eigentlich besprochen in dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns dann später wenn du es nicht schaffen solltest sehen wir uns dann wieder am Montag mit dem Turnier vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.